John Michael Meehan wurde am 3. Februar 59 geboren und erschien als sein Verbrechen und das Böse bereits Teil seiner Kindheit gewesen. Er war Teil der perfekten amerikanischen Familie mit zwei Söhnen und zwei Töchtern. Johns Vater leitete das Diamond Wheel Casino in San Jose, wo John und seine Geschwister für Geld putzten. John war von Anfang an von Verbrechen und Betrug umgeben, da sein Vater selbst verschiedenen illegalen Aktivitäten nachging, falsche Anklagen einreichte und Versicherungsbetrug betrieb. Als er aufwuchs, lernte John all diese illegalen Fähigkeiten und perfektionierte sie sein Leben lang. Die Tatsache, dass John brillant war, half ihm ebenfalls. In der Schule war er ein Einserschüler. Darüber hinaus war er sportlich sehr aktiv und zog die Aufmerksamkeit der Frauen in seiner Umgebung auf sich. Zusammen mit seinem charismatischen Wesen gaben ihn diese Eigenschaften das nötige Handwerkszeug, um zu lernen, wie man Menschen manipuliert. Johns Vater prallte auch oft mit seinen angeblichen Verbindungen zur Mafia, sodass John von klein auf eine Mafia-Mentalität in sich trug. Nach Angaben von Johns Schwestern begannen die Dinge in Johns Leben sehr schief zu laufen, als sich ihre Eltern scheiden ließen. Die harte Scheidung hatte erhebliche Auswirkungen auf John, der nach seinem Highschool-Abschluss den Rest seiner Tage als Pfleger in Krankenhäusern und im Drogenhandel verbrachte. Er wurde sogar an der Santa Clara University aufgenommen, aber seine illegalen Aktivitäten brachten ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Er war eher daran gewöhnt, Betrügereien und Nebenjobs auszuüben und Frauen dazu zu bringen, das zu tun, was er wollte. Er würde alles tun, um zu bekommen, was er wollte. Sobald er zum Beispiel ein Stück Glas aufhob, steckte er es in seinen Taco und bis hinein, um das Unternehmen zu verklagen. Ebenso sprang er vor Autos, um die Fahrer zu verklagen, weil sie ihn angefahren hatten, selbst wenn dies schwere Verletzungen bedeutete. In den 80er Jahren wurde John wegen Drogenhandels verhaftet und verriet seinen besten Freund als Teil des Deals. Später verließ er Kalifornien und erwarb 88 einen Bachelor of Arts an der Universität von Arizona. Bald darauf schrieb er sich sogar für ein Jurastudium an der University of Dayton ein, das er jedoch nie abschloss. Zu dieser Zeit erhielt John auch seinen berühmten Namen Dirty John. Seine Freunde nannten ihn auch Filthy John oder einfach Filthy. John erhielt diesen Spitznamen wegen all seiner abscheulichen Aktivitäten. Während seiner Zeit in Dayton entdeckte sein Klassenkamerad, dass John verschiedene Betrügereien und Schwindeleien begangen hatte. John hatte Kreditkarten unter falschem Namen. Er hatte Geld für einen Dachdeckerauftrag angenommen, den er nie ausgeführt hatte. Gleichzeitig freundete sich John immer wieder mit verschiedenen Frauen an und zu dieser Zeit lernte er auch seine erste Frau kennen. Als gescheiteter Jurastudent lernte John Tonia kennen. Eine junge Krankenschwester, die kurz vor dem Abschluss ihres Anästhesiestudiums stand. Und er bezauberte sie damit, dass er ein intelligenter und gut aussehender Jurastudent war. Obwohl er sein Studium abgebrochen hatte, hielt sich John immer noch in der Gegend auf, weil er Tonia heiraten wollte. Im November 1990 heiraten John und Tonia in einer katholischen Kirche, ohne dass Johns Familie anwesend war. Laut Tonia sagte John ihr, dass seine Eltern süchtig seien und er nicht wollte, dass sie ihm den Tag verderben. Ihre Ehe dauerte zehn Jahre, in denen das Paar zwei Töchter bekam und Tonia John eine Krankenpflegenschule ermöglichte. Mitte der 2000er Jahre begann Tonia Johns Lügen und Manipulationen zu verstehen, nachdem dieser die Scheidung eingereicht hatte. Sie ging der Sache nach und nahm Kontakt zu Johns Mutter auf, die ihr von Johns richtigen Namen, seinem wahren Alter und den Drogenvorwürfen erzählte, die John vor ihr verbarg. Tonia fand außerdem ein Versteck mit chirurgischen Drogen in ihrer Wohnung, was sie dazu veranlasste, John bei der Polizei anzuzeigen. Im September 2000 begann die Polizei, gegen John zu ermitteln. Daraufhin verlor John seinen Job im Krankenhaus in Ohio und als er versuchte, in Indiana neu anzufangen, meldeten Tonias Freunde ihn auch dort, bei der Behörde, was dazu führte, dass er seinen Job erneut verlor. Die Anzeige löste eine Reihe von bedrohlichen und gewalttätigen Anrufen bei Tonia aus. In den nächsten 14 Jahren verstieß John mehrfach gegen das Gesetz. Er ließ sich auf viele weitere Betrügereien, Schwindeleien, Beziehungen und mehr ein, um Geld zu verdienen. Im Jahr 2014 verstieß John gegen eine einstwillige Verfügung gegen ihn, woraufhin das Gericht ihn ins Gefängnis schickte. Nachdem er seine Zeit abgesessen hatte, wurde er im Oktober entlassen und lehrte zwei Tage später die 59-jährige Deborah Newell kennen, eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter von vier Kindern. Deborah hatte eine Reihe von schlechten Beziehungen und sogar Ehen hinter sich, so dass sie sich selbst in einer verletzlichen Lage befand. Als sie John auf einer Dating-Webseite für Menschen über 50 kennenlernte, war sie ängstlich und sehnte sich nach Liebe. Schon bei ihrer ersten Verabredungen merkte Deborah, dass John anders war als bei ihren anderen Dates. Er war aufmerksamer, ein guter Zuhörer und hatte tolle Geschichten zu erzählen. Als John bei ihrer ersten Verabredung versuchte, zu körperlich zu werden, lehnte Deborah ab und verbuchte dies als eine weitere gescheiterte Begegnung. John kam jedoch mit Entschuldigung und anderen Worten zurück, um Deborah zu umwerben. Schließlich gingen die beiden eine feste Beziehung ein. John erzählte Deborah viele Geschichten über seine Zeit im Irak, seine Häuser in Palm Springs und Newport Beach und viele weitere überzeugende Lügen. Als sie mehr Zeit miteinander verbrachten, begann John, Nächte in Deborahs Penthouse zu verbringen. Während Deborah völlig begeistert von Dirty John war, waren ihre Kinder es nicht. Ihre Töchter Jacqueline und Tara lehnten John vom ersten Moment an ab, als sie sich trafen. Während Deborahs und Johns Beziehung aufblühte, verschlechterte sich ihr Verhältnis zu ihrer Tochter. In weniger als zwei Monaten beschlossen Deborah und John, zusammenzuziehen und ein Haus auf Balboa Island in Newport Beach zu mieten. In Deborahs Augen war John der tollste Mann aller Zeiten. Er brachte ihr Blumen und Lebensmittel, ließ ihr Auto waschen und erledigte alle möglichen kleinen Dinge. Aus diesem Grund war Deborah schnell bereit, über einige von Johns seltsamen Verhaltensweisen hinwegzusehen. Zum Beispiel, dass er immer und überall seine verblichenen blauen Kittel trug, dass er keine Kleidung hatte, weil jemand sie alle gestohlen hätte und dass er nie Geld hatte, weil alles an seine Töchter ging. Deborahs Töchter waren nicht so schnell bereit, diese Eigenheiten zu verwerfen. Als Tara, Deborahs jüngste Tochter, kurz vor Thanksgiving herausfand, dass John und Deborah zusammengezogen waren, stellte sie ihre Mutter zur Rede, was zu einem heftigen Streit zwischen Tara, John und Deborah führte. Einen Monat später beschlossen Deborah und John, während einer Geschäftsreise in Las Vegas zu heiraten. Sie haben keine Gäste eingeladen. Im März 2015 begann Deborah, die Wahrheit über John zu erfahren, als ihr Neffe Shed Bedenken äußerte. Er erzählte ihr von Johns Zeit im Gefängnis und dass er kein Anästhesist war. Während Deborah so tat, als gäbe es keine Probleme, begangen sie, Johns Sachen in ihrer Wohnung zu durchsuchen. Schließlich fand sie in seinen Papieren Beweise für alle seine abscheulichen Verbrechen. Zwischen 2005 und 2014 hatte Dirty John Dutzende von Frauen verführt, nachdem er sie auf Datingseiten kennengelernt hatte. Danach hatte er sie um ihr Geld betrogen und sie anschließend sogar terrorisiert. Bis 2014 hatte John drei einswillige Verfügungen gegen ihn von drei verschiedenen Frauen erwirkt und drei weitere Frauen hatten ebenfalls eine einstwillige Verfügung beantragt. Deborah entdeckte auch Beweise von anderen Stellen, in denen Dutzende von Frauen vor John gewarnt hatten und ihn als Betrüger und sogar als Psychopathen bezeichneten. Während dieser Zeit hatte sich John einer Rückenoperation unterzogen, die drei Wochen dauern sollte. Deborah nutzte seine Abwesenheit, um heimlich aus ihrem Haus auszuziehen. In den nächsten Monaten versuchte John weiterhin, sich mit Deborah zu versöhnen. Er hatte eine Geschichte und eine Begründung für jeden Vorwurf, den Deborah fand. Schließlich überzeugte John Deborah und die beiden zogen wieder zusammen in eine neue Wohnung. Dieses Mal hatte Deborah jedoch einen Verdacht. Im März 2016 fühlte sich Deborah zunehmend unwohl in ihrer Ehe mit John und in der Entfremdung mit ihren Töchtern. Auch Johns Verhalten hatte sich verschlechtert. Schließlich erreichte Deborah eine Bruchstelle, als John Jacqueline gewaltsam bedrohte, als er Deborah dabei erwischte, wie sie versuchte, ihre Tochter zu treffen. Nach diesem Vorfall beantragte Deborah die Annullierung der Ehe. Daraufhin begann John, der in Nevada lebte, Deborah mit ständigen Anrufen und Nachrichten zu terrorisieren. Sie beantragte sogar eine einstwillige Verfügung gegen ihn, doch das Gericht lehnte sie ab, weil er sich in einem anderen Bundesstaat aufhielt. Im Juni 2016 stahl John Deborahs Auto vor ihrem Arbeitsplatz und versuchte, es in Brand zu setzen. Im August 2016 sah Jacqueline John vor ihrer Wohnung warten und warnte daraufhin auch Tara. Am 20. August kam Tara von der Arbeit zurück und stieg auf dem Parkplatz aus ihrem Auto aus, als John sie mit einem Messer angriff. In dem darauf folgenden Handgemenge konnte Tara Johns Messer ergreifen und stach 13 Mal auf ihn ein, das letzte Mal in sein Auge. Überraschenderweise war John zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot. Die Sanitäter konnten sein Herz wieder zum Schlagen bringen. Allerdings wurde Dirty John später für Hirntod erklärt. Er starb am 24. August 2016, nachdem seine Schwester ihn von den lebenserhaltenen Maßnahmen abgesetzt hatte. Auch wenn Dirty Johns Geschichte unglaublich erscheine mag, gehen leider viele Frauen im Laufe ihres Lebens ähnliche, missbräuchliche und manipulative Beziehungen ein. Die Worte und Taten des Täters können es schwierig machen, sich aus solchen Beziehungen zu befreien. Deshalb ist es wichtig, sich Hilfe von Gleichgesinnten und anderen Fachleuten zu holen. Lasst euch nicht von einem Dirty John täuschen.